3, 2, 1, let's go! Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wir spielen heute wieder eine Runde Heideziek mit den Bieben Paluten. Hallöchen! Hallo! Hey, na? Alter, ganz kurz. So, erstmal hier schön einsitzen lassen, Palle. Mensch, geht's dir gut, Alter? Bist du so glücklich? Ja, ich bin ne Waffel. Alter, du hast hier einen richtig geilen Skin. Hast du dir mit dem Creator Code Revincer gekauft, oder? Nein, mit dem Creator Code Paluten. Keine Ahnung, was der gerade gesagt hat, Leute. Ich wollte sagen, wir schauen uns heute mal ganz kurz an, wie es bei Paluten in der neuen Wohnung in München aussieht. Allegedly, allegedly, Leute. Ja, nee, das ist exakt das. Eins zu eins. Bist du drin? Ja, warte, ich probier. Wo bist du denn? Ich seh dich nicht. Hallo? Zielort ändern. Palle? Wie komm ich da rein? Du musst einfach nur da reinlaufen. Ach so. So, starten wir mal das Game, meine Freunde. Wir spielen heute eine wunderschöne Runde Heideziek in einer richtig schnieken Wohnung. Und so, wie es aussieht, bin ich derjenige, der sich das erste Mal verstecken darf. Nee, ich bin der Sucher. Hast du eine Waffe? Äh, ja. Ich kann nichts aufsammeln. Ah, doch, ich hab Waffen. Ich hab Waffen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal beide hier rein, Alter. Das ist ja exakt meine Bude, Alter. Oder? Ich glaub auch. Das ist ja hier meine Küche, völlig verranzt. Alter, das sieht ja genauso aus wie bei dir zu Hause mit dem Bot. Ich war ja schon mal bei dir, Alter. Ja. Hier am Oktoberfest. Stimmt, du hast ja mal bei mir gepennt. Das Bananenbild, hast du das immer noch da hängen? Ja, und den rosa Ginsengbaum. Ja, ja, und hier den Roboter am Boden, ne? Ja, alles da. Mann, ey, der Klassiker. Ja, geil. Würde ich sagen. Apalle, hier bist du. Guck mal hier, hallo. Nicht schießen, bitte. Ja, nicht schießen. Okay. Wer sucht denn an der Stelle? Aber hier vorne, siehst du diesen Teppich? Ah. Oh Gott. Aua. Ich dachte, ich hätte Redeploy. So hässlich. Ja gut, wir haben keinen Redeploy. Das ist ein bisschen blöd. Aber es ist nicht so schlimm. Ist egal. Der hässliche Teppich, welcher? Nee, der ist, also, der ist nicht hässlich. Bei dem Teddybär. Ja. Auf dem der Teddybär sitzt. Siehst du den? Wo bist du überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich bin, warte, Palle, wo bin ich? Ach so, hier hinten. Wo bist du? Ah, hier ist der Peperoni. Lecki. Guck mal, ich lauf schnell. Peperoni lauf. Boah, krass. Alter, und Fallschaden. Ja gut, Palle, pass auf. Ich würde sagen, versteck dich, ja? Okay. Ich warte hier unten einfach und ich stehe hier bei, ich stehe hier bei drei Bananen. Die habe ich ja, hier, die lagen ja bei dir auch am Boden. Das weiß ich ja noch damit. Hallo, du sollst dich verstecken, Junge. Okay. Palle, bitte. Sorry, ich... So, ab dafür jetzt. Ich bleibe hier in der Ecke stehen. Ich gehe es nicht so verstehen. Palle, sag mir Bescheid, ich stehe hier in der Ecke und dann kann es losgehen. Dann suche ich dich. Okay. Kann ich kommen? Ja. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schauen wir mal, wo sich der Boy hier versteckt hat. Das ist natürlich ein bisschen unfair. Du kennst deine Wohnung natürlich besser als ich, ne? Das stimmt, das stimmt. Ist auch krass. Also, letztes Mal, wo wir am Oktoberfest waren, ich erinnere mich nicht, dass wir so klein gewesen sind tatsächlich, ne? Was haben wir hier? Ja, ich habe mir jetzt auch noch ein paar neue Wohnungen angemietet, weil das insgesamt für mich einfach zu klein war. Achso, ja, ne, kann ich verstehen. Ich würde sagen, ich gehe mal ganz kurz, vielleicht bist du hier oben irgendwo. Achtung, Kanone! Okay, ich höre dich schießen, Alter. Wo bist du? Du bist so gut. Hier ist das Kochfeld. Ne, das ist die Spüle. Alter, wo ist der denn? Was gibt es heute bei dir zu essen? Was gibt es heute bei mir zu essen? Gleich gibt es einen leckeren Nudelauflauf, glaube ich. Oh, oh. Mhm, der bei mir leckere Schmöcke, Alter. Ich habe hier gar nichts zu essen. Ja, Scheiße, Alter. Ich habe normalerweise immer noch so ein bisschen was vorbereitet, aber heute ist nix. Heute gibt es gar nichts zu essen. Da muss ich mir, ja, da muss ich mir was bestellen. Oh, habe ich gar keinen Bock drauf. Stopp, Halle. Das war jetzt kein geiles Versteck, Alter. Ich wollte gerade die Chili essen. Ja, ja, Palle, das war natürlich jetzt blöd, sage ich mal. Da hast du dich jetzt nicht allzu gut versteckt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ich wollte ein bisschen rumgucken. Ich wusste nicht, dass du direkt da vorbeikommst. Ja, Digga, natürlich, wenn ich dich schießen höre, wenn ich dich schießen höre, dann ist es vorbei. Scheiße, hast du mich bestimmt auch mal gehört, Alter. Oh, YouTube-Haus, Alter. Verrückte Zeit. Das war eine gute Zeit. So, Junge, das ist ein Scheißversteck. Ich will mich irgendwo verstecken, wo ich relativ früh bin, sage ich mal. Also, wo man mich suchen kann. Warte mal, boah, ist das hier eine krasse Map, Alter. Ah, hier. Ach, geil, Alter. Guck mal, wie verworren das hier alles ist. Crazy, crazy, crazy. Alter. Was mache ich denn jetzt? Ich kann ja auch mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen. Boah, wir machen was. Ich glaube, ich verstecke mich einfach irgendwo. Ja, ach so, ansatzweise, sage ich mal, ne. Sollte es schwierig sein, mich auf jeden Fall auf Anhieb zu finden. Das ist auf jeden Fall schon mal safe. Das letzte Mal hattest du auch schon echt gute Verstecke. Ja, ja, das kann ich ganz gut. Ich verstecke mich mal. Ich wusste ja noch früher, im YouTube-Haus, wenn ich die Mitte nicht bezahlt habe, da habe ich mich auch mal vor dir versteckt. Das stimmt. Das weiß ich noch. Das stimmt, aber man sagt ja auch, das passt ja auch so ein bisschen. Das ist rattenartige, ne? Ja, du mit deinem Ratten-Gesicht. Hör mal, Digga, du siehst aus wie ein übergewichtiger Panda-Bär, ja? Also, ich bitte dich. Nimm das zurück, ich habe auch Gefühle. Wie kannst du so gemein sein? Nur weil ich dich Ratte genannt habe. Musst du doch nicht direkt zurückbeleidigen. Die Map ist auf jeden Fall echt lecker hier. So, wo bist du denn? Also, ich bin auf jeden Fall versteckt. Ach so, okay, ja gut, dann fange ich mal an zu suchen. Das kann auf jeden Fall dauern, bis du mich findest, sage ich mal. Okay, okay, ja, das ist nicht unwahrscheinlich. Bist du denn eher in einer oberen Region oder unteren? Eher in einer oberen Region, aber ich sage mal so, ich werde jetzt deine Küche kaputt machen mit Granaten. Und... Oh Gott. Feuer! Okay, Alter. Ja, sehr gut. Okay, wir sind zumindest schon mal hier gelandet. Jetzt können wir hier mal gucken. Er sagt, er ist in einer oberen Region. Oh, was ist das denn? Oh, das ist ein Coin. Ich will den Coin haben. Alter. Warum habe ich nur so eine Messi-Wohnung? Alter, du hättest mal aufräumen sollen, ne? Ja, das wäre besser gewesen. Der da, nee. Guck mal hier. Baby, hallo. Hallo, Paluten. Ja, hey, bist du... Hallo, hallo, hallo. Bisschen, bisschen... 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 Whatever you say, ha? We are pros, English, pros. Yes, we are. So, wo bist du? Bin ich fast an dir dran, ha? Oh mein Gott, Alter, das wirst du mir nicht glauben. Wenn du später die Aufnahme siehst, du wirst dir denken, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Also entweder bist du blind... Auf beiden Augen. Und blöd oder taub auf beiden Ohren. Halt, stopp! Was? Und es ist... Man sieht ja hier, es ist ja Obst in deinem Haus. Man sieht, es ist Obst im Haus. Hier, ne? Es ist ein Burger und alles ist ja hier im Haus. Es ist ja alles hier im Haus. Es ist ja alles hier im Haus. Ja. Aber auch erst mal das hier, keine Ahnung, was... AHHHHH! Mutter! Warum bist du so dumm? Ich bin hingefallen. Okay. Du wirst mich nicht. Deine Fisch. Wenn du das online siehst, also später das Video, das ist unglaublich. Aber wo? Ne? Wo ist er jetzt? Baby? Ja. Oh, Junge, was für ein Play. Au! Schnell weg. Alter, Junge, Palle, wenn du mich... Oh, Digga, das ist eine echt starke Runde von mir. Das kann man nicht anders sagen, was ich hier spiele. Hide and Seek Champion, Digga. Direkt hinter Bin Laden. Ups. Also, können wir das... Ich sag mal so, Palle, ich geb dir ein paar Hinweise, okay? Ja. Ich hab mich mehrfach über die Map bewegt. Und ich sag mal so, es gibt hier ne Box. Ja? Ist wie von Izzy die Box. Nur anders. Aber ähnlich. Also, das sind Sachen, die mag JP Performance sehr gerne. Das sind diese Sachen, die sind in dieser Box drin. Also, Autos. Scheiße, Alter. Ich dachte... Alter, wie gut ich kombinieren kann. Aber hier sind keine Autos. Das hier ist ne Box, hier stehen Autos. Ah, okay. Oh Gott! Du hast mich angeschossen, du miese Schwein. Komm. Alter, das ist ne geile Map, oder? Die ist wirklich geil. Aber ich hab Angst, abgeballert zu werden. Nein, mach ich ja nicht. Du musst nur zu mir kommen. Ha! Hast du mich gesehen? Irgendwo hier. Nein, Mutter! Nein! Lass mich leben! Mutter! Au! Ich... Ich... Au! Okay, du hast mich aber auf jeden Fall. Du bist eben an mir vorbeigelaufen. Das war unglaublich. Wo war ich denn? Unglaublich, Digga. Du warst hinter mir. Du hättest mich eigentlich sehen müssen. Wenn du dich rumgedreht hättest, wo du meinst, oh, ein Coin, bist du einfach weitergelaufen. Und ich hab mich um die Ecke versteckt. Und, äh, ja, da hast du mich dann fast gefunden, tatsächlich. Hä? Ich geh mal hier hoch und versteck mich hier oben hinter einem Regal und stell mich wieder in die Ecke und du darfst mich verstecken, okay? Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Stell mir kurz mein Essen. Sieben, acht, neun, zehn. Okay, bin versteckt. Das ging schnell. Halle, ich such dich jetzt. Okay. Du kleiner Schweinepriester. Bist du hier im Backofen bei dem Fisch, der hier gemacht wird? Ja, bin ich. Da wird ein Fisch gemacht im Backofen. Lecky. Hätte ich jetzt auch Lust drauf. Wo versteckt er sich? Ich wüsste mich niemals finden. Möchtest du mir einen Hinweis geben oder noch nicht? Nein, nö. Ich hieb mich mal ganz kurz. Und dann nehme ich mir mal ein Flugzeug, Alter. Flieg mal hier ein bisschen ab in deiner Butze. Ja, oh, wärmer, wärmer. Oh, oh. Oh, Gott. Okay, die obere Riege frühstücken wir jetzt erst mal ab. Oh, oh, ich höre das Flugzeug. Oh, jetzt höre ich es aber wirklich sehr, sehr laut. So. Sehr, sehr laut, sagt er. Okay. Äh. Hä? Okay, bist du eher oben oder unten? Eher in der Mitte. Eher in der Mitte? Also du musst eben super nah an mir dran gewesen sein, weil ich habe das Flugzeug echt gehört. Ich höre dich. Ich höre dich. Der ist über mir irgendwo. Oh nein, du Schweinehund. Was denn? Ich weiß, wo du bist. Hoffentlich klappt das jetzt und ich komme da hin. Ha! Was? Mann! Er hat mir One-Time gegeben. Aber ich habe dich. Okay, du bist wieder dran beim Suchen. Und ich sage dir eins aller, ja, da wo ich mich jetzt verstecken werde. Du guckst so. Ich weiß, dass du es guckst. Palle! Du darfst nicht! Ha! Mann, jetzt habe ich weniger AP! Ha! Palle! Okay, Palle. Da, wo ich jetzt versteckt bin, mein Freund, da wirst du mich niemals finden. Wie auswenden wir uns ein allgemein? Au! Ey! Ich habe dich gesehen! Au! Los, Schlürf, Saft! Jetzt musst du hier hochkommen erst mal. Ich werde dich einfach one-haten. Mh, mh, mh. Au! Mist, du konntest gar links nicht. Jetzt ist die Frage, wie kommst du hier hoch? Mit dem Flugzeug. Scheiße, Alter. Muss los. Aber eben hat es auch nicht so sonderlich gut funktioniert mit dem Flugzeug, muss ich zugeben. Bin weg, Alter. Palle, noch drei Sekunden. Ja, ich beeile mich. Uh! Bediesel! Kein Problem jetzt hier. Palle. Au, ey! Mann, wie komme ich hier von dieser blöden Kanone runter? Sehen wir doch da oben. Bediesel! Sieben, fünf, vier, drei, zwei... Ah, ja! Was? Ja! Wie kannst du denn da das... Alter, arschgeil, Leute. Das war es mit dieser wunderschönen Runde von Heidens Sieg, Leute. Schaut auf jeden Fall bei Palle vorbei. Da haben wir noch ein bisschen den Granny-Simulator gespielt, Alter. Und richtig geil die Granny raushängen lassen. Ja, nur zwei Creator-Code. Das war es mit diesem Video. Macht's gut, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao! Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.